Bei der Harte verdienen wir unseren Lehm, und Medine zählt all die Schritte, die wir gehen. Und noch nie haben wir auch nur einen Fuchs gesehen, unsere Rippen flacher denn je. Und der Dampf bleibt uns schon eine Woche lang, und die Tritte tun uns weh, und die Tritte tun uns weh. Wir würgen einen Hund und werfen einen hin, und unser Fisch hilft uns, dass wir ernst zu nehmen sind. Und die Stapler ziehen ein bei Herrn Obermann, ohne dass ihr davon wisst. Wir sind Geigen und Zupfer, wir sind überall, wo das Pech zu finden ist. Doch oft gebt ihr uns einen Kelch, und dann ziehen wir wieder weiter durch die Welt. Alles jung und grün, keine geigen Nägel mehr, und auch sonst nichts Grimmes in Sicht. Und macht ihr uns auch mal hin und wieder krank, aber husten werden wir nicht. Aber husten werden wir nicht. damals bei Kommissarin ... 0 Vielen Dank.